so wie bei manchen haben bei was ich halt manchmal als kompressionen habe geschütze den weg werden wieder beschossen und dann stirbt er dann vielleicht auch nicht und ach keine ahnung klingt anstrengend ja da bist du gemeint lang der fetten dame nein wir müssen sie finden das wird nicht gelingen was meinst du damit pips sie studiert sicher oberschulleiter will nicht gesehen werden habe sie durch das landschaftsgemälde im vierten stock rennen sie hat was schreckliches gerufen hat sie gesagt wer es war oh ja professor dumbledore er wurde sehr zordig als sie nicht einlassen wollte übles temperament hat er dieser serius black videos black und hockwands oh nein das ist scheiß das ist nicht gut und deshalb wird die fette dame nun durch circle gegen ersetzt ich weiß dass euch die aktuellen vorkommnisse sehr aufgewühlt haben aber ihr solltet jetzt wirklich ins bett geht nein wir jetzt noch mehr trau zaubertrank zutaten sammeln du lässt mich jetzt dadurch ja gut also das wird wie eine reine sucherei ja ihr werdet sehen wie wir vielleicht einen tipp dafür kriegen und wie wir es dann finden aber das ganze rumgerendet braucht ihr ja nicht zu sehen genau also wie ich gleich bei einem fortschritt die ganze schule redet nur von sirius black und seinem angriff auf die fette dame je näher aber ihre erste stunde pflege magischer geschöpfe rückte desto mehr dachten harry ron und hermine an hagrid hat seine eigene auffassung davon was gefährlich ist es wird bestimmt toll gehen wir früh genug dann können wir hat noch ein wenig unterstützen es ist seine erste stunde vielleicht ist er noch nervöser als wir ja gehen wir mal hin jetzt dürfen wir ja wenigstens wieder raus also ihr habt kein umhergesuchen verpasst ihr habt nur nicht sehen das runterlaufen bis zur haupttür und da war zu ich durfte nicht raus gleich halt ja eingesperrt halt einfach zack und eingesperrt auf zum hagrid jetzt wahrscheinlich hier draußen ja hast du ja wenigstens gemerkt wo higrippe war aus und rechts ja links und dann rechts warum stehst du immer da hast du nichts besseres zu tun minu das ist der türsteher ohne korrekten presscode kommst du da nicht rein guck mal wie jetzt vor jeder tür und schloss ist ja ist immer so eine geweck ja gut dadurch leitet dich das spiel halt ne sagt hey pass auf da geht es nicht lang ist halt ein schlauch ab komm ich dir nicht rein fühlt auch in manchen situationen richtig so verstehe ich was du meinst tut mir ja leid aber die ganze lernerei ist total ungesund wenn du nicht aufpasst platz dir bald das hören aber ich denke ich schaffe das schon alleine lädt was ganz neues abkürzen kann man nicht einfach geradeaus kann man die überhaupt andere seite wieder raus da muss ich sagen da war es in teil eins und zwei besser du bist raus gegangen konntest halt direkt abhauen gut jahre seit schloss die burg oder mehr die brücke auch da haben sie halt mehr dargestellt hier dieser steinkreis die eulen da hinten eigentlich irgendwo hergered versteckt sein ach guck da da kann man noch was hin laufen laufen sprint durch ihren zauberstab beim laufen da hier dieser fehl fehlstaub ist ja nicht hier dieses zauberstaub da sieht aus als ob sie beim laufen schwitzt die übelsten schweißpären da hinten fliegen da hast du ja was zum sammeln das sind die panzer wahrscheinlich einfach sagen kommen einfrieren an leuchten ne hat dich nur wirklich interessiert ne ne abkühlen die frage ist halt ob du die dinge halt wirklich sammeln oder die blöde pflanze da komische knospe einmal anschießen ja wenn ich was treffen würde ne ja wenn ich was treffen würde ne das heißt wir müssen irgendwas mit denen zusammen machen aber kannst du die anleuchten weil die sitzen ja schon im schatten du den fiedern hinführen meinst du ja was steht denn ihr noch hier ist das belastend jungs dachte ihr latscht mit komm mal auf weil da die ja so ist jetzt halt meine schlussfolge und zwar die sitzen ja im schatten die verstecken sich vor dem licht wenn du die anleuchtest dass du die vielleicht ein bisschen lenken kannst wohin die sollen wenn man sie einfach hochheben das kann auch wirklich sein jetzt zurückgelutscht ja aber zum glück nicht so weit wir erstmal versuchen mit dem hochheben bevor das kann ja sein kannst du die schlafen irgendwie hochheben reifen dich an boxen nicht die dinge hätte ich dazu versucht zu boxen und der die er höh 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 kannst du naja gut die pflanze ist ja festgewachsen die aber auch schwach sind hm hm kannst du vielleicht blocken wenn er angreifen oh lass die nicht einfach selbstständig weiterlaufen die dippen das ist wirklich belastend lass mich raten du kannst nicht durch die bäume abkürzen oh hey das hätte ich tatsächlich jetzt ne ich auch nicht dass sie einfach richtig schön so wie gefühlt in gta oder ähm aber einfach zack bumm komm ich denn nicht weiter ja das ist halt ganz klassisch geblockt wird da siehst du da siehst du kannst du die hier vorne vielleicht aufwecken weil sie pennt wenn die alde anschießt da hätte sein können naja zack ja der knackt das ding jetzt spuckt es bestimmt ja genau jei ein von drei ok da sind die batterien leer ja man kennt noch nicht richtig dick noch oh jetzt aber schön weit weg wird das ding gespuckt ja jetzt weißt du was die komischen Purvel sind ja toll na guck mal selbst die jetzt ist aufgewacht das nicht ganz so weit bemüht werden muss ja auch immer die jetzt aufgewacht ist keine ahnung das war's wir haben einen Kitz Purvelpanzer so sehen wir doch sonst noch irgendwo so ein biegen langen lagerfeuer gedöns aber das hä wieso ist das immer noch da wir haben es doch du willst keine ahnung vielleicht für späteres mal keine ahnung aber das muss man sagen das ist halt cool gemacht ja entspann ich das ist tatsächlich cool gemacht dass man bei dem jetzt und halt bei den äh komischen feuer damen äh das halt von vornherein schon gesehen hat wo man halt hin muss wie der runde steht wie bestellt und nicht abgeholt kommt her ach ja stimmt du kannst ja ja rufen so auf zu Hagrid da läuft er ja nach Hagrid das Lied zur Cutscene das ist das ist Seidenschnabel hübsch was nun als erstes müsst ihr wissen dass hippogreife sehr stolz sind müsst immer warten bis der hippogreif den ersten schritt macht das ist höflich ihr geht auf ihn zu verbeugt euch und wartet wenn er sich auch verbeugt dürft ihr ihn berühren Harry Ron Hermine wer will zuerst und wer ist icke von den dreien icke ist nicht Hogwarts Legacy icke Harry schnodderig los steig auf seinen rücken oh darf es fliegen oha bravo willst ihn sicher fliegen was gut fang so viele du kannst Schnäbelchen braucht ein wenig Anlauf zum abheben flieg dann einfach zu den Fledermäusen Schnäbelchen erledigt den Rest los geht's auf geht's du hast Zeit Druck naja wie soll man in der Luft bremsen das macht keinen Sinn oha das hatte ich jetzt nicht erwartet dass da vielleicht zwei mitgenommen wurden jetzt schön von oben nach unten joh 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 nochmal drei hinterher da und Wendekreis hui hui Wendekreis das ist natürlich krass bitte da kommt hin tief tief wir haben dich schön gebildet fünf weg ah wie schlecht zehn stück hast du noch alpha wand eine Minute 35 noch eine neun to go so ein Fimper stack wäre nicht schlecht nochmal frei weg frei weg 7 to go weg w w w w w Vielen Dank.